Auf eine Sache muss ich noch hinweisen, denn die Definitionen, die wir uns bisher erarbeitet haben, führen zu einem gewissen Problemchen. Warum? Schauen wir uns dafür ein Beispiel mit etwas anderem Datenmaterial an, das uns eine noch anschaulichere Darstellung dieses Problems liefert. Angenommen, wir hätten Daten von 25 Abiturienten erhoben und diese Daten seien einfach mal die Punktzahlen in einer Abschlussarbeit. Ganz offensichtlich sind diese Punktzahlen diskret, also würden wir uns für unsere erste Variante der Klassenbildung entscheiden, nämlich nicht überlappende Klassengrenzen. Unter der Annahme, dass die Abiturnotenskala von 0 bis 15 reicht und bei der Wahl von 5 Klassen, würden wir zunächst mal berechnen, unsere Klassenbreite 15 minus 0 geteilt durch 5, also 3. In diesem Falle sehen wir an den Daten, sie überstreichen durchaus einen relativ weiten Bereich. Das Minimum dieser Daten ist die Zahl 2, das Maximum ist die Zahl 15. Hier macht es den, das Minimum der theoretischen Realisationen der möglichen Schulnoten, also 0 Punkte, bis hin zu ihrem theoretischen Maximum, also 15 Punkte zu wählen. Unsere Daten überdecken ja fast alle möglichen Realisationen der Variablen. Nach unserer zweiten Definition mit überlappenden Klassengrenzen, würden wir also bei der kleinsten Realisation 0 beginnen und dann unsere Klassenbreite dazu addieren und kämen dann auf die obere Grenze 3. Die nächste Klasse würde bei 3 beginnen und wir würden wieder unsere Klassenbreite hinzuaddieren, damit endete sie bei 6. Dasselbe für die nächste Klasse und wieder für die nächste Klasse und für die letzte Klasse. Weil wir diskrete Daten haben, entscheiden wir uns aber für nicht überlappende Klassengrenzen. Damit müssen wir zunächst ermitteln, welches ist denn die kleinste Einheit, in der unsere Skala Schulnote gemessen wird. Zwischen zwei aufeinander folgenden Noten in dieser Skala hier liegt immer mindestens eine Einheit von 1. Um also von überlappenden Klassengrenzen zu nicht überlappenden Klassengrenzen zu kommen, wählen wir jeweils die unteren Grenzen und erhöhen sie um diese kleinste Einheit und kommen damit auf unsere Klassendefinition mit nicht überlappenden Klassengrenzen, bei der die erste Klasse von 0 bis 3 reicht, die zweite von 4 bis 6, dann die dritte von 7 bis 9, von 10 bis 12 und die letzte von 13 bis 15. Wenn wir nun aus dieser Datentabelle unsere Klassenbreite rückrechnen, sagen wir mal die Klassenbreite für die zweite Kategorie, dann kommen wir auf 6, nämlich die obere Grenze dieser zweiten Kategorie, minus 3, nämlich die obere Grenze der Vorgängerkategorie und das ist eine Klassenbreite von 3. Genauso bei der allerersten Messwertklasse, dort ist die Klassenbreite d1 gleich 3 minus und wir haben gesagt, es gibt keine obere Grenze einer Vorgängerklasse, also wählen wir die eigene untere Grenze 0 und das ist ebenfalls eine Klassenbreite von 3. Auch für alle anderen Klassen ergebe sich mit unserer Berechnungsformel für die Klassenbreite dieselbe Klassenbreite von 3 und das ist genau diejenige, mit der wir diese Tabelle von Beginn an überhaupt erzeugt haben. Und jetzt kriegen wir ein Problem. Denn wenn wir uns anschauen, welche Noten tatsächlich in die erste Kategorie fallen, dann sind das die Noten 0, 1, 2 und 3. In die zweite Kategorie fallen die Noten 4, 5 und 6. In die dritte 7, 8 und 9. In die vierte 10, 11 und 12. Und in die fünfte 13, 14 und 15. Uiuiui. Man sieht, dass ich zu den unschönen Ausnahmen, die wir immer mal wieder für die unterste Klasse machen mussten, nun noch eine weitere gesellt. Dadurch, dass die untere Grenze der untersten Klasse zur untersten Klasse gehört, haben wir in dieser Klasse eine Schulnote mehr, die in sie einsortiert wird. Das ist nicht wirklich erfreulich. In der Praxis versucht man deshalb oft, bei so eindeutig diskreten Daten gleichbreite Klassen zu bilden. Zum Beispiel, bei diesen Schulnoten von 0 bis 15 gäbe es 16 mögliche Realisationen. Also könnten wir vorgehen und vier Klassen definieren. Die erste Klasse nimmt die Schulnoten 0, 1, 2 und 3 auf. Die zweite 4, 5, 6, 7. Die dritte 8, 9, 10, 11. Und die vierte 12, 13, 14 und 15. Diese Klassen hier links sind faktisch gleichbreit. Allerdings sind sämtliche unserer Formeln, die wir nun auf Klassenbreiten und so weiter loslassen würden, für die linke Variante nicht mehr anwendbar. Für die erste Klasse kämen wir auf eine Breite von 3. Denn für die erste Klasse kämen wir auf eine Breite von 3. Für die zweite Klasse würden wir rechnen 7 minus 3 gleich 4. Für die dritte 11 minus 7 gleich 4. Und für die vierte 15 minus 11 ebenfalls gleich 4. Wir sehen also, dass unsere strenge statistische Definition der Klassenbreiten zu sinnvollen und widerspruchsfreien Formeln führt. Dass aber in der Praxis eine andere Definition der Klassenbreiten oftmals sinnvoller ist, da dann faktisch gleiche Klassenbreiten erhalten werden können. Warum entscheidet sich die Statistik nun trotzdem für die rechte Variante, während sie die linke Variante ablehnt? Das ist ganz einfach. Wenn wir uns nämlich mal ein etwas anderes Datenbeispiel anschauen, die Reaktionszeiten, die 25 Ratten in einem Experiment erzielen und wir dabei diese Datenwerte hier beobachten, dann fällt uns bei etwas genauerer Betrachtung auf, dass die Vorkommastellen exakt identisch mit unseren Abiturienten vorher sind. 11, 15, 8, 13, 8 und so weiter. Und genau das finden wir auch hier bei unseren Ratten wieder. 11, 15, 8, 13, 8 und so weiter. Wir haben hier ganz offensichtlich eine nahezu kontinuierliche Variable, die mit mehreren Nachkommastellen genau gemessen worden ist. Hier im Maximalfall mit 4 Nachkommastellen. Der Empiriker würde aber sagen, das Ganze ist stetig. Wenn wir hier nun dasselbe Vorhaben anlegen würden, nämlich die Einteilung dieser Messwerte in 5 Klassen zwischen 0 und 15, dann könnten wir diese Klassengrenzen nicht mehr so schreiben, wie gerade bei der Note. Denn in diesem Fall würde zum Beispiel die Ratte mit der Reaktionszeit 12,88 nicht mehr in eine dieser Kategorien einsortiert werden können. Sie fiele zwischen die vorletzte und letzte Kategorien. Und damit ist eine Definition mit nicht überlappenden Klassengrenzen, so wie wir sie gerade bei der Note vorgenommen haben, nicht mehr möglich. Wir könnten natürlich die Klassengrenzen hier auf die vierte Nachkommastelle genau angeben, aber das wird in der Darstellung sehr unübersichtlich und deshalb entscheidet man sich hier natürlich für überlappende Klassengrenzen. Das Datenmaterial, das wir hier vorliegen haben allerdings, ist ja eigentlich dasselbe wie bei den Schülern, nur mit ein paar weniger Nachkommastellen. Man könnte sich aber vorstellen, dass hätten wir bei den Schülern ihre Punktzahlen sehr viel genauer messen können, wie unter Umständen auch auf Zahlen mit Nachkommastellen gekommen wären. Insofern könnten wir bei den Schülern durchaus in Wahrheit eine Datenreihe vorliegen haben, die genauso aussieht wie bei diesen 25 Ratten. Die Diskretheit der Daten der Schüler bezieht sich nur auf die variable Schulnote und bei dieser Beliebigkeit in der Diskretisierung eigentlich stetiger Daten hat sich die Statistik für ein einheitliches Formelwerk entschieden, über das Klassen, Klassengrenzen und Klassenbreiten festgestellt werden können, damit das Ausmaß der Beliebigkeit so ein wenig eingedämmt wird. Und Vielen Dank.